Ja, außer schlafen, essen und so sitze ich gerne am Computer. Ja, bin ich Wikipedia. Oder ab und zu mache ich auch mal Computerspiele zur Entspannung. Und ein bisschen was für die Firma habe ich auch noch zu tun. Das geht ja alles am Bildschirm. Als meine Kinder noch im Haus waren, haben sie dann zehn vor acht gesagt, fertig, wechsle mal den Bildschirm, weil ich die Nachrichten sehen wollte. Also es ist nicht schade um die Zeit, die man am Computer setzt.